Ich will euch was erzählen, das was ich vor langer Zeit ereignet habe. Als Gottes Sohn unseres Herrn Jesus Christus, ein kleiner Bub war, ist in ihm oft bei ihm gesessen, hat ihm viel gefragt, was ihr euch jetzt erzählen wollt. Jetzt zieht ihr wieder die Schuhe an. Einmal hier hat sie zu ihm gesprochen. Erzähl mir mal, mein Schatzi, was ich dir frage, denn du weißt super viel, wie ich mir sicher bin, weil du bist ja schon die ganze Zeit Gottes Sohn. Ich bete zu dir aus meinem Gott, von dem die Gebote geschickt werden sollen, und ich mir Pro den Juden gab, wie ich es noch später auf Facebook gelesen habe. Als ich dich ungeplant gekriegt habe, habe ich in den Unterricht zu wenig aufgepasst und habe Fotos auf Instagram postet. Und jetzt sag mir, du Justin Bieber Fan, dass ich endlich die ganze Wahrheit auf WhatsApp meinen Ladies schicken kann. Weil ohne mich wärst du eh nicht auf die Welt gekommen. Als was von Justin Bieber Fan zu seiner Mem gesagt hat, wird sie gleich als Facebook-Status posten. Mein Name, glaub mir das, was ich dir jetzt sagen werde. Sonst werde ich ja hören. Ich bin hier der Boss, dass das mein Kleist ist. Ich habe Gott nachgefegt und habe zahlreiche Selfies von mir gemacht. Durch sein Wort stehe ich schon jahrelang auf Wikipedia unter meinen Künstlernamen Gottes Sohn. Ich war schon immer im Ausland bei meiner Page. Warum? Das behält heute mein Tagebuch am Tablet für sich. Auch Albert Einstein wird es nie verstehen. Denn wie man es in der Bibel am Kindl lesen kann, hat es Gott forever gegeben. Kein Lerner Akku, keine Versammkosten bei Zalando. Und nix, und keine Grenzen des Internets hat der Gott. Und nix funktioniert sowieso ohne mein iPhone 5. Es ist Papa Schlumpf, ich und die Heidi. Jochen-Lerner Akku, nicht nur, sondern nur, aber nicht nur, aber nicht nur. Aber nochmal um, dass ich mitte, die Heidi noch etwas war. Und z prostetlich ist es ihre Welt. Und jetzt auch immer, dass ich für die Frau gebt, die Heidi sehr geehrte, die Heidi-Güß war. Und hier, als ich für die Frau. Und hier, wie die Frau. Und jetzt bin ich schon frei. daddy? Und hier, wie das ist es? Und hier ist das Gefühl? Und hier, wie es so geht? Und hier? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Das sind die Klickerbockerbande, aber trotzdem haben wir alle einen eigenen Vogel. Aber nichts und niemand kann es trennen. Oh yeah! Und ich bin alles. Und ich bin alles. Ich bin alles. Ich bin alles. Untertitelung des ZDF, 2020